Nächste Übung. Wieder was für den Po. Den Fersen zur Decke nach oben drücken. Kurze Bewegung. Fersen nach oben. Vorentspannen. Wenn der Trainer dabei ist oder der Mann, Fini hier drauf. Und nach unten. Und nach oben. Nächste Übung. Wieder was für den Po. Den Fersen waagerecht dahin drücken. Nicht Zufallsfall. Wenn der Mann dabei ist oder der Trainer, dann gegen drücken.